So, mit der gleichen Verspätung, in die wir mit Erwin in die Pause gegangen sind, möchten wir auch mit dem zweiten Block weiterfahren. Ich möchte den zweiten Block ankündigen, Lösungsbeispiele aus der Praxis. Wir haben wiederum drei Referenten. Hören wir nichts? Ich glaube, das Mikrofon ist nicht an. Okay. Ich glaube nicht. Ich höre nichts. Aber es ist eingeschaut, oder? Okay. Oh nein. Also jetzt sind die Gespräche zurückgegangen, jetzt versteht man mich vermutlich auch. Ich möchte zum zweiten Block überleiten, Lösungsbeispiele aus der Praxis. Wir haben wiederum drei Referate und eben nachher auch eine kurze Podiumsdiskussion. Ich möchte Arno Schlüter ganz herzlich begrüssen. Er wird über adaptive Gebäude im Kontext der Klimaerwärmung sprechen. Arno Schlüter. Ich weiss nicht, ob man ihn noch vorstellen muss. Er ist seit 2014 Professor für Architektur und Gebäudesysteme am Institut für Technologie in der Architektur an der ETH Zürich. Sein Schwerpunkt sind nachhaltige Gebäudesysteme, neue anpassungsfähige Komponenten und deren systemische Integration. Wir sind ganz gespannt auf deinen Einblick in praktische Lösungsansätze. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen herzlichen Dank, Urs Peter Menti. Es ehrt mich, dass ich in dem Praxisblock auftauche. Ich komme natürlich genau aus dem Gegenteil, aus der Hochschule. Das heißt, alles, was ich vorstelle, sind letztendlich Ideen aus der Forschung und natürlich auch Prototypen aus der Forschung. Wir versuchen allerdings, die Dinge immer relativ weit zu treiben. Wir sind interessiert an Gebäuden. Das heißt, am Schluss wollen wir sie auch irgendwie an oder im Gebäude sehen. Wir sind in Zürich an der ETH, aber wir sind auch in Singapur. Wir sind sozusagen im Trainingscamp für den Klimawandel seit fünf Jahren mit einer Gruppe von circa zehn Personen in den Tropen. Dort ist es eigentlich immer so, wie es hoffentlich hier nicht ist in 50 Jahren. Das hat aber für uns den großen Vorteil, dass wir genau die andere Perspektive mitbekommen. Also wie lebt es sich? Wie bauen wir in einem Klima, was 365 Tage, 24 Stunden über dem Komfort liegt, den wir zumindest gewohnt sind? Vielleicht um das Bild ein bisschen auch zu öffnen. Das Klima ist ein Faktor. Der andere ist natürlich der Wachstum der Städte. Also, dass wir uns zunehmend global in Richtung Städte bewegen. Auch in der Schweiz gibt es diesen Effekt. In der Welt sieht man das natürlich noch viel stärker. Man sieht es hier. Das passiert in der großen Menge nicht unbedingt, wo wir sind, sondern primär in Südostasien, in Südamerika und Afrika. Und was interessant ist, dass man sieht, dass das Ganze natürlich nicht in den gemäßigten oder in den kalten Klimazonen passiert. Sehr wenig davon. Das Allermeiste passiert in den Tropen oder in den Subtropen. Das heißt, das Szenario, dass es sehr heiß sein wird und dass immer mehr Menschen eigentlich sich in heißen Klimaten bewegen werden, das wird Realität sein. Die International Energy Agency geht davon aus, dass der Kühlenergiebedarf weltweit bis 2050 um 600 Prozent ansteigen wird. Also, wir werden in Zukunft global um das Kühlen kümmern müssen. In der Schweiz genauso wie weltweit. Ich sage das deswegen, weil Sie als Planer natürlich auch international tätig sind. Und ich glaube, sich auf das Thema Kühlen zu konzentrieren, könnte dort eine interessante Option sein. Wenn man sich in Singapur bewegt, dann sieht man auch, dass so etwas neue Fassaden entwickelt. Die berühmte Heat Rejection Fassade. Vielleicht haben wir so das dann. Da gibt es wunderschöne Beispiele davon. Das sieht erstmal interessant aus und wenn man etwas länger da ist, dann versteht man auch, warum das passiert. Anders wie bei uns, wo Heizsysteme in jedem Gebäude automatisch integriert sind, ich mir als Mieter keine Sorge machen muss, ist es in ganz vielen asiatischen Ländern und weltweit eine persönliche Entscheidung. Wenn ich Geld habe, kann ich mir Kühlung leisten und die kaufe ich nur für mich. Deswegen wird sie dort installiert. Und jetzt hat der hier unten noch ganz gute Karten. Seine Temperatur der Luft, die er dort einzieht, ist ungefähr nur 30 Grad. Dort oben geht es bis 50 Grad. Das heißt, er hat immer mehr Strom, die er dafür aufwenden muss, um überhaupt die Temperatur zu erzeugen, die er in seinem Raum haben möchte. Das hat ganz viel auch mit dem Entwurf der Gebäude zu tun. Ganz oft werden diese Klimaanlagen in ganz engen Gebäudeteilen versteckt, wo die Hitze sich extrem staut und wir tatsächlich bis 50, 60 Grad in diesen Bauteilen haben. Ein zweiter Effekt, der natürlich noch gravierender ist, ist, dass die ganze Wärme aus den Gebäuden natürlich in den Stadtraum emittiert wird. Das heißt, hier habe ich in diesen Bergalleys zum Teil 45, 50 Grad durch die Wärme, die natürlich aus diesen Klimageräten in den Stadtraum gepustet wird. Wir haben sehr schön schon von den Hitzeinseln gehört. Das sind natürlich ganz wesentliche Beitragende dazu, wie wir in einem gefährlichen Kreislauf diese Hitzeinseln natürlich noch verstärken. Wir kühlen immer weiter runter, wir emittieren immer mehr Wärme in den Stadtraum, deswegen müssen wir immer wieder kühlen und so geht im Prinzip dieser Loop. Wir in Singapur konzentrieren uns darauf, völlig ohne diese Geräte arbeiten zu können und mit ganz anderen Ideen und Kühlparadigmen zu arbeiten. Das ist ein Beispiel. In Singapur ist dieses Thema der urbanen Hitzeinsel schon länger, schon seit den letzten 15, 20 Jahren ein Thema aus den Gründen, dass natürlich die Klimasituation dort noch etwas extremer ist. Aber der Effekt ist eigentlich identisch mit dem, was wir auch in der Schweiz erleben. Jetzt kann man sagen, was kann man dagegen tun? Und das hat natürlich auch einen Grund, warum die Städte sind, wie sie sind. Es ist nicht so, dass wir nicht wüssten, wie wir bauen müssten, um das zu ändern. Wir wissen das schon ziemlich lange, wenn wir in die Zeiten zurückgehen, wo wir überhaupt keine fossilen Energieträger hatten, sondern nur erneuerbare, nämlich Holz oder vielleicht die Wärme, die Tiere und Menschen abgestrahlt haben. Oder ich habe gar keine für die Kühlung gehabt, da habe ich sehr genau gewusst, wie ich Gebäude bauen muss, damit ich das Klima innen drin komfortabel halte. Dann gab es eine Zeit, wo wir über sehr, sehr viel Energie verfügt haben und wir diese ganzen Dinge über Bord geworfen haben und uns entschlossen haben, überall, wirklich überall, Glashäuser zu bauen. Das hat uns ein bisschen das Dilemma gebracht, nicht nur energetisch, auch klimatisch. Aber wir wissen eigentlich sehr gut und wir müssen das Rad nicht neu finden. Wir wissen eigentlich vom Mikroklima bis in die Regelung von Gebäuden über Materialauswahl, Positionierung. Wir haben sehr, sehr viel Wissen, das wir anwenden können, um unsere Gebäude eigentlich darauf vorzubereiten. Jetzt kann man darüber spekulieren, warum findet es nicht statt und in Teil unserer Forschung versuchen wir Methoden zu entwickeln, mit denen wir diese Dinge und auch andere Dinge zurück besser in die Planung bringen können und sozusagen Analysemöglichkeiten anzubieten, wie man Städte und Gebäude eben anders planen kann. Ich habe vier kurze Themen bei uns aus der Forschung, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das erste ist ein bisschen sperrig, evidenzbasierte Stadtplanung. Da steht nichts anderes dahinter, dass wir Analyseverfahren entwickeln wollen, wie wir so etwas Komplexes wie die Stadt besser planen können mit ihren Energiesystemen, mit ihrem Mikroklima, mit der Art und Weise, wie sich Nutzer verhalten, wie sich Transport verhält. Wir haben verschiedene Projekte in der EU, in der Schweiz und in Singapur, mit denen wir mit verschiedenen Teams das da angehen. Die Idee ist eigentlich recht einfach. Wir haben immer mehr Daten zur Verfügung. Wir haben natürlich wunderschöne geometrische Modelle. Wir wissen also, wie Stadtgeometrie heute aussieht. Wir entwickeln als Teil der Forschung Modelle für Energiesysteme auf einem größeren Maßstab. Also wir modellieren Distriktsysteme für Heizen, Kühlen, für verschiedene erneuerbare Energiequellen auf Gebäudeebene. Das ist hier die linke Seite. Entschuldigung, auf Distriktebene ist die linke Seite und dann auf Gebäudeebene. Und wir wissen ja alle, dass die Dinge miteinander zusammenhängen. Also wie soll ich mich entscheiden? Zum Beispiel, ob ich das auf Gebäudeebene oder auf größere Ebene regeln. Und dann haben wir noch zunehmend Daten, wie sich Menschen in Städten verhalten. Zum Beispiel Nutzerdaten. Und diese Dinge zusammenzubringen in einem Planungssystem, erlaubt uns dann Szenarien zu bilden. Das ist eine Planung in Singapur, mit der wir sozusagen optimierte Versorgungssysteme planen, die weniger Wärme in die Stadt ausstrahlen und die gleichzeitig versuchen natürlich so energieeffizient wie möglich zu sein. Das Ganze kann man koppeln mit mikroklimatischer Simulation. Das ist mit unseren Kollegen von der TU Delft und hier auch aus dem Singapur-Projekt, wo man sagt, okay, wir wollen solche Systeme und Gebäude eigentlich planen mit dem Wissen um das Mikroklima der Gebäude, weil wir dann viel, viel besser darauf reagieren können. Und wir wissen auch, was wir aus den Gebäuden zurück in das Mikroklima bekommen. Dann kann man verschiedene Methoden verwenden, das zu optimieren. Also zum Beispiel nach Lebenszykluskosten und nach Greenhouse Gases, also nach Treibhausgasemissionen. Und dann kann man Optimierungsverfahren verwenden, indem man ganz verschiedene Varianten davon bekommt, die sich unterschiedlich ausprägen. Zum Beispiel kosteneffizienter sind, weniger CO2 emittieren oder eben besser für das Stadtklima. Das zweite Thema ist, wenn man reinzoomt in die Gebäude, datengestützte Gebäudemodellierung. Das ist ein Projekt, was wir schon relativ lange haben. Die Idee dahinter ist ganz simpel. Eigentlich stehen unsere Gebäude ja in der Welt. Es müsste doch sehr einfach sein, mehr über diese Gebäude zu erfahren und mehr zu lernen. Seit vier Jahren haben wir ein sehr, sehr schlankes, drahtloses Sensornetzwerk entwickelt, was wir sehr einfach in Gebäude verteilen können, um uns Informationen zu liefern. Ist Heizen das Problem? Ist Kühlen das Problem? Was ist der Einfluss von Nutzerverhalten auf dieses Thema? Und dann können wir relativ schlank diese Daten erheben und sie werden automatisch verarbeitet. Sie werden analysiert. Da sieht man zum Beispiel, das sind acht verschiedene Gebäude im Kanton St. Gallen, dass die Durchschnittswerte der Raumtemperatur in der Winterheizperiode weit über 20 Grad, zum Beispiel bei allen Gebäuden liegen und die Schwankungsbreiten enorm sind, was auf ein gewisses Lüftungsverhalten schließen lässt. Wir können über die Luftdächtigkeit Aussagen treffen, zum Beispiel anhand, wie schnell das CO2-Gehalt sich in den Räumen entwickelt. Wir können sehen, wie gewisse Dinge verwendet werden und damit Rückschlüsse auf das Nutzerverhalten schließen. Und warum machen wir das? Was ist das, um diese Daten am Schluss in verschiedenen Modellen zu verwenden, die uns erlauben, Prognosen zu liefern? Was würde passieren im Jahr 2050 mit diesem Gebäude? Was würde passieren, wenn ich die Gebäudehülle verändere? Was würde passieren, wenn ich zum Beispiel gewisse Eigenschaften der Gebäudetechnik dort drin verändere? Und der Unterschied ist, dass diese Modelle nicht Modelle sind, die ich einfach irgendwie statistisch annehme, sondern das ist ein mathematisches Modell des Gebäudes, das ich tatsächlich gemessen habe. Und dann bin ich in der Lage, entweder über solche physikalischen Modelle oder über Machine Learning, also maschinelles Lernen, diese Modelle zu verwenden und dann kann ich Prognosen anstellen. Was würde passieren, wenn ich dieses Gebäude sanieren würde? Was würde nach Lebenszyklus kosten? Was wäre die effizienteste Maßnahme, das zu tun? Was hätte den geringsten CO2-Beitrag für den eingesetzten Franken? Alle diese Fragen wollen wir damit beantworten können. Das dritte Thema hat mit etwas zu tun, was wir schon besprochen hatten, mit den Gebäudehüllen selber, den adaptiven Gebäudehüllen. Man muss sich überlegen, dass wir eigentlich mit unseren Gebäudehüllen immer noch ein Stück weit hier sind. Wir haben sehr wenig Möglichkeiten auf das zu reagieren, was innen und was außen passiert. Und ein Teil unserer Forschung geht dahin, dass wir uns überlegen, was wären denn Gebäudehüllen, die sich wesentlich besser anpassen würden, was innen und außen passiert, die Strom erzeugen würden, die uns eigentlich mit der Energie schon versorgen, die wir für diesen Raum brauchen. Ein Projekt, das wir mehrere Jahre gemacht haben, ist diese adaptive Solarfassade. Es war sozusagen ein leichtes System, ein Kabelnetz, auf dem solche kleinen Module angebracht waren, die über Dünnschicht Solar Strom produziert haben, aber gleichzeitig dann verschattet, Licht gelenkt, Ausblicke gesteuert haben. Und die Idee dahinter war, dass man so ein leichtes Netz über bestehende Gebäude legen kann und damit diese Gebäude mit Strom versorgt, den Komfort erhöht und gleichzeitig ihnen vielleicht auch ein visuell anderes Äußeres gibt. Das haben wir dann auch gemacht in verschiedenen Prototypen. Eins wird im nächsten Jahr in dem Nestgebäude in Dübendorf gebaut. Das ist ein sehr interessantes Gebäude, das ist bei uns am Campus ein typisches neues Gebäude, voll verglast, zwar mit Sonnenschutz, aber im April schon um die 30 Grad da drin. Das heißt, unser Raum wurde auf einmal der beliebteste Raum, weil er tatsächlich die Möglichkeit hatte, das Sonnenlicht zu regulieren und wir haben ein sehr interessantes Feedback erhalten. Natürlich ist das kein Produkt, das ist auch keine Lösung, man sollte das nicht überall machen, aber wir können zeigen, dass mit so einem System man Gebäude, die Räume dahinter CO2 neutral versorgen kann und dass die Energie und die CO2, die man aufwendet, um das zu produzieren, nach circa zwei Jahren schon abgebaut ist. Also ab zwei Jahren trägt so ein System dem Gebäudehaushalt positiv bei. Und dann schließe ich das letzte Thema, Lernen vom Nutzer. Wenn man so etwas hat, kann man sich auch überlegen, wie interagiert der Nutzer denn damit? Wie arbeite ich damit? Wie würde ich als Mensch darauf reagieren? Würde ich sowas mögen? Wie würde ich es denn überhaupt steuern? Und da verwenden wir verschiedene Methoden, wie wir Gebäudesysteme dazu bringen, zu lernen, zum einen, wie verhalten sich Nutzer und zum anderen, was sind denn die Präferenzen der Nutzer? Und das ist hochinteressant. Wir sind zwar alle völlig verschieden, aber wir sind dann doch ziemliche Gewohnheitstiere. Wir haben das mit 35 Personen in Singapur gemacht und haben letztendlich das System lernen lassen, wie die Menschen das System verwenden. Und wenn man das weiß, dann kann man zum Beispiel für die Kühlung wechseln zwischen den Temperaturwerten, die man einstellt. Das ist ganz interessant. Wenn ich aus den Tropen komme, bin ich erhitzt, ist mir sehr warm. Ich möchte in einen Raum gehen, wo ich diesen Kühleffekt habe. Ich möchte viel kalte Luft. Ich möchte, dass es mir kalt wird. Und diesen Effekt, den schätze ich sehr und dann setze ich mich hin und dann sitze ich eine Stunde, zwei Stunden, dann fängt es an mir sehr kalt zu werden, weil die Temperatur dann doch ein bisschen tief ist. Und all diese Dinge kann man abfangen und kann man verändern, wenn man weiß, wie Menschen einen Raum bewegen. Das wäre eigentlich eine kleine Animation, wie man sieht, wie die Temperaturen in all diesen Räumen sich eigentlich ständig verändern. Und wenn man das weiß, dann kann man seinen Temperaturstellwert so anpassen, dass er einerseits den Anwesenheiten und Abwesenheiten gerecht wird und gleichzeitig auch die Temperatur so variieren kann. Und damit erzeugt man beides. Zum einen mehr Komfort und zum anderen schafft man es, den Energiebedarf noch mal weiter zu reduzieren im Vergleich zu normalen Präsenzmeldern zum Beispiel. Und was auch ganz interessant ist, dann merkt man, dass es natürlich in diesem Büro auch immer Menschen gibt, die höhere Temperaturen bevorzugen. Also 22,5 war der normale Stellwert. Und manche wollten es tatsächlich noch tiefer runter haben, aber gut die Hälfte hatte dann auch, hatte sich eingependelt auf tatsächlich höheren Temperaturen. Und jeder weiß, dass ungefähr ein Grad, ungefähr sieben Prozent weniger Kühlenergie bedeuten. Das heißt, es ist ein interessanter Effekt. Wenn man sich dann die Büros anschaut, die wir untersucht haben mit dem Standardsystem, Standardsystem ist ein Präsenzmelder und unser System ist das Lernsystem. Da sieht man das nicht bei allen, das unbedingt funktioniert. Bei Mehrpersonenräumen zum Beispiel ist der Effekt viel kleiner. Bei Einzelbüros ist der Effekt durchaus recht groß. Und für diesen gesamten 550 Quadratmeter konnte man noch mal 20 Prozent weniger Kühlenergie einsparen im Vergleich zu einem ganz herkömmlichen Präsenzmelder. Das sind vier Ansätze. Sie sehen, es hat viel damit zu tun, wie wir unsere Umwelt verstehen, wie wir verstehen, wie Menschen Gebäude verwenden und wie wir die Daten, die wir zunehmend zur Verfügung haben, in solchen Prozessen nutzen für die Planung, aber dann später auch für den Betrieb. Ich denke, da ist ein sehr großes Potenzial. Vielen Dank. Ja, besten Dank, Arno Schlüter. Wir sehen, dank Digitalisierung auch, können wir ein kühleres Klima erwarten, nicht einen Klimawandel beeinflussen, aber immerhin ein kühleres Klima erwarten. Auch da wieder Fragen können wir im Rahmen des Podiums beantworten oder diskutieren. Wir gehen weiter zum zweiten Referat von Sebastian Elkohli. Er wird über Nachhaltigkeit im Entwurf, in der Planung und im Betrieb reden, auch Beispiele aus der Praxis bringen. Er ist bei BGP-Architekten, ist dort Partner und Mitglied der Geschäftsleitung, leitet den Bereich Nachhaltigkeit und Bauen im Bestand und ist von Haus aus, wie wir dann sicher sehen werden, diplomierter Architekt. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und aus unserer Praxis zu berichten, also nicht der allgemeinen, sondern aus unserer Praxis im Konkreten. Wir haben natürlich einen sehr viel kleineren Radius und Bandbreite, als Arno das eben gezeigt hat, für die Sachen, die wir realisieren und bauen. Ich werde aber versuchen, anhand von zwei, drei kleineren Beispielen zu zeigen, wie wir versuchen, mit dem Thema jetzt schon umzugehen und was vielleicht auch Perspektiven für den Umgang der Zukunft damit bietet. Allgemein ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich ein Thema, was sehr breit gefächert ist und was sehr viele verschiedene Elemente hat, die uns auch sehr wichtig sind. Also natürlich die Fokussierung auf das Energie- oder das Klimathema ist nicht unser Anliegen, sondern wir versuchen in unseren Projekten und Gebäuden eigentlich die Bandbreite dessen, was man auch auf der gesellschaftlichen und der kulturellen Ebene eigentlich dort braucht. Natürlich auf der wirtschaftlichen Ebene auch mit einzubinden und nicht zuletzt auch das Thema des thermischen Komforts dort mit einzubinden und zu integrieren. Und das ist ja der Schwerpunkt der heutigen Veranstaltung, wie denn dieser thermische Komfort vor allen Dingen im Sommer eigentlich in so einem Gebäude zustande kommt. Und wir haben das Glück gehabt, vor sieben Jahren eine Anfrage zu bekommen, ob wir die Schweizer Botschaft und ein Swiss Business Hub in Mazda City planen möchten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Damals, das war noch kurz vor, das war noch so, als Mazda noch eine gewisse Dynamik hatte, bevor es dann eine Vollbremsung machte oder fast Vollbremsung machte. Und wir haben damit viel Begeisterung gestartet und eigentlich damit unsere passiv-aktiven Strategien zur Planung von Gebäuden auch ein Stück weit weiterentwickelt oder geschärft. Und wir haben versucht, auf allen Ebenen, die das Spektrum, was Anno auch schon gezeigt hat, eigentlich bietet, so zu optimieren. Der Rahmenplan von Mazda bietet schon sehr gute Grundlagen in Bezug auf Verschattung und die gesamten Prinzipien des Bauens in trockenheißen Klimazonen. Und wir haben zum Beispiel angefangen, auch im Städtebau das zu machen. Wir haben also eine leichte Hanglage gehabt und haben dann eigentlich die Gebäude abgetreppt zu den überwiegend vom Meer kommenden Winden hin, dass es dort eine bessere Durchlüftung gibt. Wir haben dann eigentlich versucht, mit diesen Winden in den engen Innenhäufen zu arbeiten, sie dort eben zur Kühlung zu nutzen. Wir haben natürlich versucht, die Fassade, die solare Einstrahlung auf die Fassade zu minimieren, mit einer Entwicklung von speziellen Fassadensystemen. Wir haben aber auch versucht, gleichzeitig weiterhin Blickbezüge nach außen zu ermöglichen. Wir haben dann natürlich Temperatursenken wie in so einem Bereich eines Hofes genutzt, um dann Zuluft anzusaugen. Also eigentlich sehr Standardprinzipien, aber in der Kombination in der Architektur dann eben doch ganz interessant. Und wir haben eben auch dort eben auch gezeigt, Solarkamine eigentlich eingesetzt, um gewisse Zonen im Außenraum denn so zu temperieren, dass man dort eben sich auch noch aufhalten kann, auch bei über 50 Grad im Außenraum. Und zum Beispiel hier auch nochmal Materialeinsatz haben wir schon gehört, Lebenbau eingesetzt, Stampflebenwände, um dort eben auch mit der adiabaten Kühlung zu arbeiten, um dort unten eigentlich diese Kältesenken zu erzeugen und Fassaden entwickelt, die dann eigentlich durch eine spezielle Generierung des Öffnungsanteils und der Ausrichtung der Fassaden eigentlich ermöglichen, dass ein minimaler Solareintrag nur ins Gebäude kommt. Was natürlich der große Unterschied ist und deswegen nur bedingt übertragbar ist, ähnlich wie in Singapur das Klima, aber das Ganze ja mehr oder weniger gleich oder ähnlich ist, ist auch in Abu Dhabi das Klima eigentlich kommt immer von der gleichen Seite. Sag ich mal, es ist immer zu heiß, mal ein bisschen zu heiß nur und mal viel zu heiß. Das heißt, wir haben eine ganz andere Grundvoraussetzung als bei uns mit dem jahreszeitlichen Wechsel. Und deswegen kann man natürlich auch nicht die Prinzipien eins zu eins übertragen. Das wäre jetzt eine Übertragung, wie wir das versuchen, hier auf unsere Klimazone anzupassen. Das ist der Neubau für Dreiplan Haustechnik AG in Winterthur, den wir vor zwei Jahren realisiert haben. Das ist in Oberwinterthur eine Gewerbefläche, die dann zusammen mit einer Holzbau- und Baumeisterfirma gebaut wurde, die dort ihre Produktionshalle gleich nebenan hat. Und das ist der Neubau für Dreiplan, den wir entwickelt haben. Und wir haben auch schon über Konstruktionsweisen, über Hybrid- und Massivbauten geredet. Wir haben einen reinen Skelettbau eigentlich gemacht, also einen Stahlbetonskelettbau mit Betondecken und einer nicht tragenden Holzfassade ausgebildet mit einem massiven Betonkern in der Mitte, der aber auch gleichzeitig alle dienenden Funktionen des Gebäudes inklusive der Treppe eigentlich beinhaltet und eine große Flexibilität für eine Büronutzung natürlich bietet. Teilbarkeit pro Geschoss, aber auch innerhalb der Geschosse. Und das sieht dann im Regelgeschoss so eigentlich nachher in der Ausführung aus, dass wir diesen Kern haben mit einen Erschließungsmedien und dann eigentlich als Ring drumherum eine Erschließungszone, sowohl Hausmedien wie auch Menschenerschließungszone und dann die Büroräume draußen angeordnet, auch mit den Sitzungszimmern. Und im Erdgeschoss gibt es noch ein kleines Restaurant drin, Sitzungszimmer, Freizeiträume und eben den Haupteingang mit der Eingangshalle. Was bei dem Gebäude eigentlich die Grundprinzipien, haben wir alle heute schon mal gehört. Wir haben versucht über einen ausgewogenen Fensteranteil, also keine vollverglasten Fassaden, ca. 40% Fensteranteil sind es in diesem Fall. Eine hochwärmegedämmte Gebäudehülle, da wissen wir auch alle, dass uns das auch im Sommer hilft und nicht nur im Winter. Und eine optimierte Speichermasse eigentlich. In diesem Fall wirklich die Aktivierung von Decken und Boden, aber nicht durch eine thermische Aktivierung mit Wasser, sondern einfach wirklich nur über eine Luftkühlung, Nachkühlung eigentlich zu nutzen. Und dann sie mit aktiven Maßnahmen anzureichern, zu ergänzen. Der Sonnenschutz, der intelligenter Sonnenschutz, das heißt in diesem Fall einfach nur schon mal eine Rafflamellenstore, die eine Arbeitsstellung hat, die verschieden eingestellt werden kann, oben und unten, um Tageslicht zu reflektieren, wenn unten Blendschutz gewünscht ist. Wir haben dann zwei Öffnungsflügel in die Fassade integriert. Das eine ist ein automatisierter Kippflügel für die Nachtauskühlung. Das andere ist ein händisch zu öffnender Drehflügel eigentlich für den Nutzer, der sein Lüftungsverhalten gern selbst steuern möchte. Und dazu gibt es eben noch eine unterstützende eigentlich Kernauskühlung und natürlich die Minimierung der internen Lasten durch die entsprechenden LED-Leuchten und eine PV-Anlage auf dem Dach mit einem recht hohen Eigendeckungsgrad. Das sieht eben so aus, dass wir versucht haben, das Tageslicht sehr tief in den Raum zu kriegen, mit diesem Sonnenschutz eigentlich und das sowohl und auch ein Stück weit zu kriegen, Blendschutz und Belichtung des Raumes. Und das Zweite ist eben, wir haben versucht, diesen Solarkamine-Effekt auch im Gebäude ein Stück weit zu nutzen. Das Energiekonzept ist natürlich sehr eng mit drei Planen zusammen entwickelt worden und wir haben da natürlich einen äußerst kompetenten Platner gehabt, der uns da geführt und begleitet hat. Wir haben also im Eingangsbereich im Windfang ein motorisch gesteuertes Oberlicht gehabt, was einbruchgesichert ist, sodass man da noch nicht einbrechen kann, ein Quadratmeter groß, was nachts geöffnet werden kann, und ein Oberlicht im Treppenhaus oben, was auch ein Quadratmeter groß ist, was eben auch nachts bei Bedarf geöffnet werden kann und dann eigentlich das ganze Gebäude durchlüftet werden kann, der Sichtbetonkern ausgekühlt werden kann, zusätzlich die gesteuerten Oberlichtflügel eigentlich, die nachts für eine Querlüftung und Nachtauskühlung sorgen und damit das Gebäude eigentlich dann effektiv runtergekühlt werden kann nachts. Man sieht hier diesen oberen Flügel, das ist das Fassaden-Mockup dann mit dem Sonnenschutz und wir haben dann aus gestalterischen Gründen diese Öffnungsflügel hinter einer Holzlamelle an der Stelle etwas versteckt, um sie besser in die Fassade integriert zu kriegen. Das ist dann das Gebäude in der Fassaden an sich von außen neben der Produktionshalle, die in der gleichen Materialität eigentlich war. Und natürlich hat es aber auch dann Auswirkungen auf das Gebäude selber, auf die Materialität, auf die Atmosphäre und nicht nur auf technische Eigenschaften. Wir haben also dann versucht aus diesen Anforderungen, die wir haben, helle Farben, hohe Reflexionsgrade, mineralische Oberflächen mit einer hohen Speichermasse, versucht auch ein Materialkonzept zu entwickeln, was dem eigentlich gerecht wird, ohne dass es deswegen unatmosphärisch oder langweilig ist. Siehst man, so ein bisschen roh ist fertig, also ein sehr rohes Gebäude zu entwickeln, was aber trotzdem dann eben eigentlich die entsprechende Wärme mit sich bringt und die Neutralität, die auch so ein Bürobau baucht. Es gibt also nur einen abgehängten Deckenbereich, der aber auch nur aus Holzlamellen besteht, im Korridor, wo dann die Haustechnikführung ist, die in die Büros eingebracht wird und dann eben Sonnenschutz, Heizen, Kühlen vorne an der Fassade, ein Doppelboden, wo die gesamte Leitungsführung ist und nur einzelne Bodendosen an der Fassade. Man sieht das dann im gebauten Zustand, relativ hohen Indirektanteil bei der Beleuchtung auch im Bürobereich, die beiden Lüftungsflügel hier nochmal. Und dann eigentlich im Erdgeschoss beispielsweise brauchten wir, um diese Nachtauslüftung zu ermöglichen, dann ein brandfallgesteuertes Schiebetor eigentlich, was im Betriebszustand offen stehen kann, um eben diesen Nachtauskühlungseffekt durch das Sichtbetontreppenhaus eigentlich zu ermöglichen. Und unterstützt wird das Ganze eigentlich von einer reversibenden Wärme und Kälte, Netz und Abgabe eigentlich über so einen Zehnder Nova Neo Heizkühlkörper, der eigentlich in der Lage ist, sowohl zu kühlen als auch zu heizen, einfach nicht beides gleichzeitig, sondern eben nur getrennt voneinander, dementsprechend auch die beiden Kreisläufe vorhanden sind. Und um das zu können und um vor allen Dingen die Übergangsphasen in den Griff zu kriegen, ist es eben wichtig, ein Gebäude mit einer Speichermasse zu haben, wo wir eigentlich sowohl auf Heizen wie auch auf Kühlen verzichten können. Das heißt, wir haben im Sommer, im Winter sieht man ganz schön eigentlich die Heizlast, die im Dunkelraum plötzlich zeigt und im Sommer die Kühllast, die diese Heizkörper mit sich bringen. Aber gerade in Übergangsmonaten im Frühjahr und im Herbst eigentlich, können wir mit der Gebäudemasse des Gebäudes selber eigentlich quasi das ausgleichen, um behagliche Temperaturen zu erzeugen. Und das sind die Transitsimulationen, die während der Planung gemacht wurden, um eben zu zeigen, wie viele Temperaturen wir denn drunter und drüber haben. Das Behaglichkeitsdiagramm haben Sie auch schon heute gesehen aus der SEA. Und Sie wissen alle, der Anlass, auch warum wir auch hier sind, sind die Temperaturkurven des letzten Jahres mit Temperaturen bis 37 Grad. Und das reale Verhalten eigentlich in den Büros ist sogar noch deutlich besser gewesen als eigentlich in den Simulationen. Wir haben eigentlich so gut wie keinen einzigen Tag gehabt, der ober- oder unterhalb der entsprechenden Normtemperaturen waren. Und das Gebäude ist im Energie-P-Eco-Standard, also hat auch relativ geringen Energiebedarf, nicht ganz. Null Energie natürlich. Was dann für uns, das ist jetzt das Beispiel Büronutzung mit den entsprechenden Lasten und Funktionen und Nutzern. Es gibt natürlich andere Nutzungen, das ist heute auch schon angeklang, dass es gewisse Nutzer gibt, die besonders empfindlich reagieren auf die Temperaturen. Und das ist eins unserer Kernbereiche eigentlich, das Plan für Menschen im Alter. Und im letzten Sommer gab es eben auch jede Menge in der Presse zu dem Thema eigentlich, wie alte Menschen auf diese Situation reagieren oder wie es für sie ist. Aber auch eben das Klimaanlagen an sich vielleicht nicht der beste. Die beste Maßnahme sind einfach alles mit Klimaanlagen auszustatten. Und da wir in den letzten Jahren relativ viele Alters- und Pflegezentren realisiert haben, haben wir dann im September mal so ein Rund-Mail gemacht oder vielmehr die entsprechenden Leiter der Heime angefragt, wie denn ihre Erfahrungen waren und dann auch einen Rücklauf bekommen. Zum Beispiel eben jetzt hier vom Alterszentrum Appenzell. Unsere Mitarbeitenden haben gut auf die große Hitze reagiert und jeweils nachts bis zum frühen Morgen durchgelüftet und dann die Fenster geschlossen, sodass angenehme für unsere Bewohner verträgliche Temperaturen behalten werden konnten. Oder hier eine ähnliche Aussage, wie Sie wissen, haben wir ein Minergiehaus mit integrierter Lüftung. An heißen Tagen muss man sich an gewisse Regeln halten, so haben wir ein sehr angenehmes Klima im Haus. Zu den Regeln nur am Morgen früh lüften, anschließend die Fenster den ganzen Tag zulassen, am Morgen schon über die Stofflamellen schon runterlassen. Und wenn man im Sommer bei 30 grad in unser Haus kommt, empfindet man es als kühl und sehr angenehm. Die Temperaturen, die wir mitgeliefert bekommen haben, davon sind auch ähnlich. Wir haben auch dort Daten, die alle in dem Behaglichkeitsbereich eigentlich liegen. Und dann gab es ein Gebäude, das gesagt hat, wir hatten einen ziemlich heißen Sommer. Das haben wir 2017 fertiggestellt, das Gebäude in Dierzdorfen Altersentpflegezentrum. Das ist ein Neubau, der sich so um zwei Innenhöfe, zwei Adrien gruppiert, teilweise sechsgeschossig. Und hier haben wir dann sehr umfängliche Daten bekommen, die wir dann selbst versucht haben auszuwerten. Also das sind dann Architekten, die es auswerten und nicht die Ingenieure, weil kein Ingenieur zur Hand war, der es auswerten wollte oder konnte. Und was eben ganz interessant war, ist, man sieht jetzt hier die Tageshöchsttemperaturen und die Tagesmindesttemperaturen und dann die Temperaturkurven. Wir haben erstmal im Ausschlussverfahren verguckt, wo gibt es Probleme, wo gibt es Unterschiede und haben dann festgestellt, dass eigentlich wir keine externen Lastenprobleme haben. Egal, ob die Räume Nord- oder Südorientiert waren, ob sie Eckräume waren oder nicht, sie haben eigentlich relativ gleich funktioniert. Haben immer Räume über verschiedene Geschosse verglichen und gewisse Abweichungen festgestellt. Was uns dann irgendwann aufgefallen ist, dass diese hellgraue Kurve, das ist die Zulufttemperatur, die ich mir dann noch von unserem MSRL-Planer liefern lassen, dass es offensichtlich ein anderes Problem gibt. Und zwar das erste ist, dass keiner das Gebäude versteht. Das ist ein Projekt, wo der Haustechnikplaner inzwischen Konkurs gegangen ist und offensichtlich die Übersetzung auch nicht sehr gut war. Und es gibt eine fehlende Sensibilisierung, die Kommunikation im Haus funktioniert auch nicht gut, wie die entsprechenden Leute das Haus benutzen müssen, wie das Pflegepersonal ist, auch nicht gut geschult. Gerade in Bezug auf diese Nachtlüftungsthemen, die wir genannt haben. Und dann haben wir festgestellt, durch unsere Auswertung, irgendjemand hat sich irgendwann entschlossen, die Bypass-Lüftung nachts auszuschalten. Weil sich einige Nutzer über die Zugerscheinungen im Winter beklagt haben, sodass wir also jetzt im Winter mit 24 Grad nachts eingeblasen haben, auch bei 17 Grad Außentemperatur in der Nacht. Dann ist natürlich Nachtlüften relativ schwierig und dementsprechend ist das Gebäude auch über 30 Grad gerutscht dann nachher sogar. Das heißt, die Grundprinzipien haben wir alle heute schon gehört, was man, glaube ich, machen muss und was auch funktionieren wird in den nächsten 20, 30 Jahren noch, wenn wir das wirklich konsequent eigentlich in den Gebäuden machen. Wir haben zum Beispiel auch festgestellt, kennt man die Frage, ihr macht Holzfassaden und so, das ist doch schlecht von der Speichermasse, wir brauchen doch viel mehr. Das ist wirklich aus meiner Sicht totaler Blödsinn. Wenn Sie mal quantitativ ausrechnen, wie groß die Fassadenfläche auf den Raum bezogen ist, wenn wir das Fenster noch abziehen, dann ist das wirklich total egal, ob die jetzt massiv oder leicht ist. Also der Boden und die Decke sind das Entscheidende und vielleicht noch die Innenwände. Eine effektive Nachtauskühlung ist extrem wichtig und das ist eine Schnittstelle, die liegt nicht beim Ingenieur und die liegt auch nur teilweise beim Architekten. Sie liegt sehr nah am Nutzer und im Betrieb dran, je nachdem, was für ein Gebäude ich habe. Sie müssen sich wirklich Gedanken machen, wie kann Nachtlüftung funktionieren in einem Wohngebäude, in einem Pflegegebäude, wie kann es in einem Bürogebäude funktionieren, wie kann ich unterstützende Sachen wie Kamineffekt einsetzen. Alle Gebäude haben Treppenhäuser und überall muss ich oben 0,16 Quadratmeter zur Entrauchung haben, nutzen Sie das, was Sie haben und machen Sie einen Kamin draus. Dann müssen Sie die Tür unten nur offen stehen lassen können, dann brauchen Sie eine Brandfallsteuerung. Das muss der Betrieb wissen. Das sind sehr komplexe Sachen, die sich nicht auf der technischen Ebene lösen lassen, sondern die einfach mit den Betreibern, mit den Nutzern zusammen entwickelt werden müssen. Und ich glaube, das, was wir feststellen, ist eigentlich, dass keiner im Planungsteam heute das entsprechende Wissen hat und die entsprechende Rolle hat, um das auszuführen. Weil die Architekten sind häufig zu wenig qualifiziert, gerade in den technischen Belangen, um das zu können und vielleicht auch in der Kommunikation mit den Nutzern oder den Bauherren sogar teilweise. Die Ingenieure sind immer nur für Teilbereiche zuständig und sind da auch ganz klar abgegrenzt. Ich mache die Lüftung und ich mache das und ich mache die Simulation und die ganzen anderen Sachen auch im Betrieb nachher. Dafür gibt es eigentlich niemanden, der die Verantwortung hat und der das kann. Und dann gibt es natürlich noch Probleme, Realisierungsmodelle, ob es im TU-Modell nun wirklich besser funktioniert, als wenn es einen Gesamtplaner gibt, frage ich auch mal zu bestreiten. Unsere Planungskultur ist da auch noch nicht so weit. Und ich glaube eben auch, dass wir nicht darauf hoffen sollten, dass BIM das Problem für uns löst. Das kann uns vielleicht bei der Planung helfen, bei der ganzen Sache, aber letztendlich geht es darum, dass wir auf eine andere Art und Weise zusammenarbeiten müssen. Und zusammenarbeiten heißt nicht nur im Planungsteam, sondern mit den Betreibern, mit den Bauherren, mit den Nutzern zusammenarbeiten müssen, um nachher ein Konzept zu haben, was auch im Betrieb funktioniert. Das ist es eigentlich. Das sind eigentlich auch schon die Fragen, die ich jetzt so ein bisschen im Ausblick habe, was es glaube, was es braucht vor allen Dingen. Ich glaube, wir brauchen nicht vor allen Dingen technische Lösungen oder nicht primär technische Lösungen. Die brauchen wir auch sicherlich. Wir müssen aber vor allen Dingen versuchen, die auf dem Boden zu kriegen und umzusetzen und nicht nur zu planen theoretisch. Vielen Dank. Besten Dank ist es schon ein gutes Zeichen, wenn die Architekten beginnen, Excel-Auswertungen zu machen, was die Ingenieure nicht können oder nicht wollen. Aber ich denke, das spricht für Interdisziplinarität. Wir gehen weiter mit dem dritten und letzten Referat dieses zweiten Blockes. Ich darf Wolfgang Kessling ganz herzlich begrüssen. Wolfgang Kessling ist von TransSolar, er ist dort Prokurist und Geschäftsleiter des Büros in München. Er ist studierter Physiker, hat dort auch doktoriert und er wird erzählen über Raum für adaptiven Komfort und Stimulus. Wir sind ganz gespannt. Bitteschön. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein bisschen ein Exot. Ich komme aus München, aus Deutschland und fliege heute Morgen ein aus Dubai von einer Konferenz, die ziemlich gut zu dem passt, was wir gerade hier machen. Comfort in the Extremes. Da wurde über Komfort und Extremes gesprochen und Temperaturen von 35 Grad. Wir sind da noch unter ganz okay eingeordnet. Ab 40 Grad macht man sich Gedanken. Bei 42 Grad vielleicht nur noch ein paar Stunden am Tag. Und ab 50 Grad, dann muss man wirklich was unternehmen. Das entführt uns mal gleich in einen ganz anderen Teil der Welt, aber einen ziemlich relevanten Teil der Welt. Aber es setzt auch mal eine andere Frage und eine andere Idee auf, die ich in dem, was ich jetzt zeigen möchte, ein bisschen strapazieren will. Wir verwechseln ganz schnell Luft, Temperatur und Komfort. Und es ist nicht das Gleiche. Und diese Temperaturen, die genannt werden, 22, 23, 24 Grad sind typischerweise Temperaturen, die irgendwo da vorne an so einem Gerät eingetippt werden und irgendeinem Gerät in einem Haus irgendetwas sagen. Das hat normalerweise mit Komfort nichts zu tun. Ich gehe da noch ein bisschen drauf ein. Wir sind Planer, ich selbst bin Physiker, im Herzen eher Forscher, technisch so etwas, was man Klimaingenieur nennt, der eigentlich an der Schnittstelle arbeitet, die gerade aufgezeigt wurde, die nicht existent sei. An der Schnittstelle der integralen Planung, also zwischen dem Nutzer, zwischen dem Architekten, zwischen dem Fassadenplaner, zwischen dem Haustechniker zu vermitteln bei den Fragestellungen, die aus Einzelteilen ein Gebäude entstehen lassen, was auch als Gebäude funktioniert. Wir machen Projekte durch die ganze Welt, auch in der Schweiz. Da links ist ein Projekt, was wir mit den Kollegen von ADZ gemacht haben, auch an MASTA haben wir gearbeitet. Vielen Dank für die vielen Beispiele aus den Klimazonen, in denen wir hier sind, auch in der Schweiz. Deswegen kann ich das, was ich aus Scharnstein zeige, ziemlich schnell machen. Ich möchte nämlich eigentlich über ein Element reden, oder über ein Argument reden, was wir häufig vergessen, was uns aber weiterhilft im Verständnis, nämlich Autonomie. Gebäude heute sind eigentlich von Architekten gedacht und delegieren das technische Problem an die Technik. Löst bitte mit Technik das Problem. Sonnenschutz, Lüftung, Heizen, Kühlen. Ich übertreibe ein bisschen, aber nur um es klar zu machen, ich möchte niemanden damit beleidigen. Gebäude, die autonom sind, die können aus sich heraus Lüftung, die können aus sich heraus Tageslicht, die können aus sich heraus thermischen Komfort bieten und haben damit Eigenschaften, die insbesondere dann gefragt werden, wenn die Klimabedingungen sich ändern, aber auch unter ganz absurden Bedingungen, die jetzt gerade in Dubai diskutiert wurden. Was passiert eigentlich, wenn mal drei Wochen der Strom ausfällt in Caracas und ich im neunten Stock eines Hochhauses wohne? Dann müssen Häuser wieder das können, was sie früher konnten, nämlich aus sich heraus funktionieren. Und ich wollte hier ein Element zeigen, wie das zum Beispiel in einem der Gebäude, was wir in Österreich umgesetzt haben, ganz intensiv umgesetzt wurde. Das ist eine Produktionshalle, die Sie da hinten sehen mit dieser Glasfassade, wo etwa 6, 7, vielleicht sogar 9000 Quadratmeter, je nachdem, ob man die Produktionshalle dazu zählt, normalerweise als Produktionshalle gedacht, eine riesen Box, Deckel drauf, Heizen, mechanisch gelüftet. Und unsere Idee war, man sieht es so ein bisschen, nein, wir haben eine fünfte Fassade, lass uns das Haus als natürlich gelüftetes Haus und natürlich belichtetes Haus denken, aber auch bauen, aber auch betreiben. Sprich, genau in diese Konflikte reinlaufen, was bedeutet eigentlich, wenn es zieht, was bedeutet eigentlich, wenn ich in so einem Haus eine Fassade aufmache? Und die Idee war einfach, lass uns verschiedene Innenhöfe, wie hineingedrückt, die zum Lüften, zum Querlüften in diesem Haus dienen. Wir haben es natürlich so einfach, das klingt, ziemlich viel Gedanken machen müssen, die blauen Elemente sind in diesen Innenhöfen, wie lüften die, wo ist Inlet, wo ist Outlet, wie sind die Druckunterschiede, wie können wir vermeiden, dass es zieht, wie können wir es auch regeln. Denn wenn man einfach nur ein Loch in der Fassade aufmacht, was mehrere Quadratmeter hat, dann habe ich ganz schön wenig Widerstand, wenn ich Wind- und Sogkräfte habe. Ich muss also irgendwie über die Regelbarkeit von sowas nachdenken. Und ab jetzt wird es ein bisschen mehr eine Picture-Show. Das zeigt eins, dieser Öffnungselemente, das zeigt den Innenhof. Ich bin jetzt einfach nur einige Meter in die Richtung gegangen, zeigt den Innenhof von der anderen Seite, zeigt die Größe und die Dimension der öffenbaren Elemente. Ich bin also in einer großen, Ikea-artigen Halle, aber ich bin im Prinzip mit dem draußen verbunden. Da fällt Tageslicht rein, ich kriege mit, was draußen los ist, ich kann durch diese Öffnungen öffnen. Ich muss sie betreiben. Wir hatten schon den Aspekt, da muss ein Nutzer verstehen, was er damit machen kann. Und an der Stelle denken wir, ist es manchmal besser, dass die Technik nicht zu gut ist. Zu gut Deutsch, dass der Nutzer gezwungen ist, zu lernen, mit dem, was er angeboten bekommen hat, auch zu arbeiten. Das ist so ein bisschen wie mit einem Cabriolet arbeiten. Das kann das Dach aufmachen oder zumachen, aber wenn ich es im offenen Zustand im Regen stehen lasse, habe ich einen Fehler gemacht. Nicht der Hersteller vom Cabriolet. Und das ist eigentlich schon der Hinweis, wir sollten unsere Benutzer, für die wir das Gebäude planen, stärker einbinden. Denn die verstehen schon, was der Sinn von sowas ist. Das sind übrigens die Produktionsräume. Es gibt wenig Produktionsräume, die so einen schönen Außenbezug haben und sich natürlich lüften lassen. Hier sieht man, wie das funktioniert. Das ist auch ganz interessant. Das ist Tageslicht, während der Rest Kunstlicht ist. Man sieht es jetzt nicht, weil das Licht zerhellt ist in diesem Raum. Das kann vielleicht von jemand anderem geändert werden. Wir haben auch lange darüber nachgedacht, ob jetzt Verschattung notwendig ist, ob die Fassade Verschattung braucht oder nicht. Oder ob es nicht einfach schön ist, wenn die Sonne da reinfällt. Ob es nicht einfach interessant ist, tatsächlich zuzulassen, dass die Sonne irgendwo hinfällt, aber der Nutzer dann entscheiden kann, will ich mich da hinsetzen, will ich in der Sonne sein? Oder nutze ich meine adaptiven Möglichkeiten und gehe aus der Sonne und bewege mich und ändere meinen Standort? Von daher ist dieses Innen und Außen und was ist Außen und was ist Innen, hat auf einmal ganz andere Relevanz. Die Leute sitzen draußen im Drinnen. Das ist der Blick nach draußen. Das ist die Fassade auf der anderen Seite. Solche Ansätze hören sich vielleicht radikal an, aber im Prinzip sind sie nicht radikal. Die führen einfach dahin zurück, dass wir mit dem Klima arbeiten, das wir haben. Dass wir nur radikal denken, was wollen wir eigentlich? Muss es wirklich die Maschine sein? Muss der Raum wirklich total runtergedämpft sein in seinen Temperaturschwingungen? Müssen es drei, vier Grad sein? Oder kann man nicht etwas mehr Stimulus bieten? Und dieses Thema möchte ich ganz kurz aufgreifen. Die Konferenz hatte viele Argumente in dem Bereich gehabt. Wenn man Leuten stärker einem Stimulus aussetzt, sowohl wenn es kälter ist als auch wärmer, und viele von Ihnen erinnern sich vielleicht dran, ich weiß nicht, wie der Spruch genau ist, aber irgendwie eine kalte Dusche am Tag im Winter verhindert den Arzt. Der Spruch wird bestimmt ganz anders gehen. Aber er zeigt, auf was es hinausläuft. Und das wird von vielen Studien weltweit bestätigt. Es sind Menschen, setzen wir uns selbst einen stärkeren Stimulus aus, sowohl in die Kälte als auch in die Wärme, sind wir den Hitzewellen und den Kältewellen wesentlich stärker gewappnet, sie besser zu überstehen. Studien zeigen darauf hin, und die werden weitergedreht, die werden nämlich in die Richtung weitergedreht, ganzheitlich in Komfort zu denken. Nicht nur in Lufttemperatur. Und die Beispiele, die ich jetzt gleich habe, zeigen, dass Null-Energie-Haus, finde ich, ein super wichtiges Thema, ist auch in dieser Produktionhalle erreicht worden. Ich springe nach Singapur. Wir waren da schon, weil es einfach eine Möglichkeit über dieses Beispiel der Schule, die wir dort geplant haben, zeigt, nochmal das Thema Komfort anders zu verstehen. Das ist die School of Design in Singapur, die Universität, in der die letzten 30 Jahre die Generation der Architekten und Designer in Singapur ausgebildet wurde. Die Alma Mater dort, die Leute, die dort heute Ingenieurbüros, Architekturbüros betreiben, sind an dieser Universität ausgebildet worden. Der Kunde sind also Professoren, die unterrichten im Design, Professoren, die unterrichten in Haustechnik. Das sind normalerweise Leute und die Professoren hier im Raum können das bestätigen, die alles besser wissen. Die wollten ein Null-Energie-Haus haben mit einem ganz klaren Brief. Wunderbare Tageslichtversorgung, am liebsten noch ein Faktor 4 in Grünflächen, was der Footprint des Hauses ist. Der braucht viermal zu viel Grün zurückgeben, natürlich lüften, wenn es geht, einen ganz niedrigen Energieverbrauch und ein Null-Energie-Haus soll es auch sein. Wir haben uns die Definition, als wir in das Projekt kamen, mit dem Kunden zurechtgelegt, also wenn wir Null-Energie machen, dann nehmen wir eine ganz harte Definition. Das heißt, das Gebäude kann nur Energie auf dem eigenen Fußabdruck produzieren. Wir können es uns nicht von irgendjemandem leihen oder vom Parkplatz oder vom Nachbarhaus, denn wenn die auf die Idee kämen, Null-Energie-Haus haben zu wollen, dann wollen die ihr eigenes Dach benutzen. Das führt zu einer schnellen, schlichten Überlegung. Wenn ich 260 Kilowattstunden pro Quadratmeter typischerweise pro Jahr in Singapur auf dem Dach mit Photovoltaik produzieren kann, das ist schon die bessere. Weil der Standard aber bei 250 über Office-Gebäude ist, bei Universitätsgebäuden aus einem unerklärlichen Grund sogar noch höher. Dann zeigt es schon, dass ich da eigentlich nur mit einem Dach ein Geschoss bauen kann, aber der Design-Brief und die Anforderungen vom Kunden in die Richtung ging, wir hätten gerne vier, wenn es geht sogar fünf Geschosse. Das zeigt, dass man mit Energie sehr vorsichtig umgehen muss und das zeigt, dass man ganzheitlich drauf schauen muss, für was brauche ich Energie. Diese Null-Energie-Definition, die wir genutzt haben, die umschließt alles. Das ist nicht nur das Gebäude und die Aufzüge und die Klimatisierung, das ist auch der Nutzersturm. Da ist alles drin. Man muss also einzeln das tracken, was Energie braucht in dem Haus. Die architektonische Idee ist ziemlich schlicht. Bau keine Box in den Tropen, wo es eigentlich ziemlich einladend ist. Öffne die Fassade, lass zu, dass das Haus natürlich gelüftet werden kann. Lass diese öffentlich für die natürlichen, vorherrschenden Windrichtungen. Schütz dich gegen die Sonne und nutz das Dach, um den Strom zu erzeugen. Ich zeige gleich ein paar Bilder, damit man sieht, was als Ergebnis daraus gekommen ist. An Architektur. Das Gebäude wurde dieses Jahr im Januar eröffnet. Viele der Flächen sind tatsächlich draußen, sind vor der Sonne geschützt, vor dem direkten Sonne geschützt, sind nicht so sehr vor dem diffusen Licht geschützt, das spürt man hier schon, sind zum Teil vor dem Regen geschützt. Es wird auf vieles geachtet, zum Beispiel diesen Baum zu erhalten. Strenge Vorgaben. Arno Schlüter kennt das, die Vorgaben in Singapur, da muss man den Baum einzeln retten oder auch erhalten, und das haben Sie in dem Fall gemacht, steht noch innerhalb der Gebäudegrenzen und ist eigentlich ein ziemlich interessantes Gebäude dafür, dass es nur, ich sage es ein bisschen sarkastisch, für Studenten ist. Es wird aber der Ort sein, in der die nächste Generation von Studenten lernen wird, dass Gebäude richtig cool sein können, dass Gebäude Nullenergiehäuser sein können, dass Gebäude komfortabel sein können und richtig anders gedacht sind. Jetzt komme ich nochmal zu dem Thema Komfort zurück, aber man sieht zunächst mal die Studenten, es ist ein Ort für Menschen und es war vom Menschen her gedacht. Das Thema Komfort war ein ganz starkes Schlüsselthema in dem Projekt. Ich will es ganz schlicht runterbringen, das ist das, was wir kennen, 24 Grad, operative Temperatur, was, wenn wir das machen würden? Und viele in dem Raum werden gleich aufschreien, wenn ich darauf deute, was, wenn wir operative Temperaturen von 29 Grad mit Bewegung von Luft verbinden würden und etwas temperate air, was ist das? Das ist Luft, die von außen die Frischluftversorgung und zwar in einem guten Maß zur Verfügung stellt für die Studenten, für die Benutzer, die aber nur etwas entfeuchtet ist. Also im Englischen where the humidity is tripped off. Das ist also nicht voll entfeuchtet, nicht runter entfeuchtet, auf das, was wir als klassische Klimatisierung kennen, sondern wo etwas entfeuchtet Luft im Raum zugeführt wird. Aber normalerweise, wenn man diese Temperaturen sieht, denkt man nicht mehr an Komfort. Komfort ist nicht Lufttemperatur. Deswegen lassen Sie ganz kurz das Diagramm anschauen. Im Wesentlichen sind die Lufttemperatur, die Strahlungstemperatur, Luftbewegung, Luftfeuchtigkeit, die metabolische Rate, also die Aktivität und der Clothing Level. Das sind mindestens mal sechs, wenn nicht sogar acht Faktoren, die den Komfort beeinflussen. Jetzt könnte man denken, um Gottes Willen, damit will ich mich nicht rumschlagen. Aber der Vorteil davon ist, diese beeinflussen den Komfort und der Planer und der Gebäudedesigner kann sie auch positiv benutzen, in ihrer Gesamtheit, um Komfort zu schaffen. Wenn man das jetzt sieht, 29 Grad, keine Luftbewegung, dann fühlt sich das in Parametern wie dem Predictive Mean Vote, 1,2, das ist zu warm, oder der Standard Effective Temperature von 29,3 Grad einfach zu warm an. Das Erste, was ich vorschlagen und was wir auch weltweit in unseren Projekten vorschlagen, ist, man muss sich von Lufttemperatur lösen, man muss alle diese Parameter benutzen. Denn nur so sieht man, dass wenn ich unter gleichen Bedingungen die Luftbewegung etwas erhöhe, dass ich sehr komfortable Bedingungen schaffen kann. Und da ist überhaupt nichts Magisches dran. Das macht die halbe Welt so. Jeder, der in den Tropen lebt, weiß, dass etwas Brise, etwas Luftbewegung selbstverständlich den Komfort verbessert. Das, was bei uns als Zugerscheinung, das kennen die gar nicht, weil die Lufttemperatur immer wärmer als 26 Grad ist. Das heißt, dieses Verteufeln von Luftbewegung ist dort genau unverständlich und führt eigentlich dazu, dass man gerade durch Luftbewegung Komfort empfinden kann. Wie können wir das als Designer benutzen? Man kann Gebäude designen, indem man sie sagt, statt dass ich sie auf 24 Grad auslege, lege ich sie eben halt mal auf 29 Grad aus und ergänze sie mit einem System zur Luftbewegung und kann nach den Zahlen gleichen Komfort herstellen. Aber das ist Wissenschaft. Und so wie Sie mich gerade anschauen, so ein bisschen, was erzählt denn der da? Was ist denn da mit den 29 Grad? Das stimmt doch nicht. Das ist das, was man in Singapur noch viel, viel häufiger sieht. Nämlich um Gottes Willen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich komme gleich dazu. Das ist die etwas langweilige Temperaturkurve in Singapur zwischen 23 Grad und 33 Grad. Da ist ein Tag wie der andere. Es ist, wie vorher genannt, es ist immer gleichmäßig feucht draußen und warm. Da ist nicht viel zu gewinnen. Wenn ich über dieses Diagramm mal drüberlege, was adaptiver Komfort bedeuten würde, darf ich ganz kurz fragen, wer hat schon mal adaptiven Komfort gehört? Es sind schon mal ein paar. Ich gehe davon aus, dass etwas weniger als die Handzeichen für adaptiven Komfort geplant haben. Aber das Interessante ist, dass dieses grüne Band, was ich hier drüber lege, zeigt, was unter Definitionsbedingungen von ASHRAE das Beste ist, was man komforttechnisch machen kann, wenn man den adaptiven Komfort mit Luftbewegung denkt. Da sieht man einen großen Überlapp zwischen dem grünen und dem roten Bereich. Sprich, in vielen, vielen Stunden des Jahres scheint der adaptive Ansatz Komfort wieder rein nach wissenschaftlichen Fragestellungen, nach wissenschaftlichem Ansatz zu bieten. Wenn man das weiterdenkt und die Klimabedingungen zum Beispiel für ein Air-Conditioned-Gebäude untersucht, dann würden das die Umgebungsbedingungen sind, die haben wir mal eingezeichnet, damit das Bild nicht so leer ist. Das ist das im Prinzip, was die Klimabedingungen im Raum sind. Da erzeugt man natürlich mit 26 Grad und 50 Prozent relativer Feuchte, erzeugt man komfortable Bedingungen zu dem Preis der Energie, den ich hier rechts aufgezeichnet habe. Wenn ich einen adaptiven Ansatz wähle, habe ich höhere Temperaturen im Raum, ziemlich ähnlich komfortable Bedingungen, aber deutlich reduzierte Energieverbrauch. Wenn man das mal zum Anlass nimmt und sagt, okay, dann lassen Sie doch mal den Weg wirklich zu Ende gehen, lassen Sie zu Ende denken, was können wir mit adaptiv machen, dann haben wir tatsächlich unseren Kunden, an den ich noch mal erinnern will, das sind die, die unterrichten, das sind die Professoren, das sind die Professoren, die Mechanical Engineering seit 30 Jahren in Singapur unterrichten, ziemlich herausgefordert. Nämlich genau an dem Punkt, wir machen was anders, als das, was ihr seit 30 Jahren unterrichtet. Und das Schwierige daran ist, man fordert diesen Herrn raus, das ist der erste Staatspremierminister, vielleicht ist es auch richtig zu sagen, der Staatengründer ist nicht, der ist für dieses Zitat ziemlich bekannt. Die wichtigste Erfindung des letzten Jahrhunderts war die Klimaanlage, weil nachdem sie installiert wurde, hat es die Effizienz in der Verwaltung gefördert. Was auch immer Sie jetzt darüber denken, ich denke, er hatte Recht gehabt. Es ist wichtig, dass wir komfortable Bedingungen in Gebäuden herstellen. Und die Antwort der 80er Jahre war Klimaanlage. Und heute wissen wir es besser. Heute kann man anders designen. Denn das hat dazu geführt, dass diese typische Konstruktion in Singapur überall akzeptierter Standard ist. Ich habe über zehn Gebäude mit meinem Team in Singapur gearbeitet und in einigen von denen ist die abgehängte Decke so, dass ich durchlaufen kann. Ich bin 1,76 groß und das ist typischerweise 1,80 und mehr. Ich könnte in der abgehängten Decke laufen. Das sind unglaubliche Dinge, aber akzeptierter Standard in Gebäuden. Zu was führt das? Das führt zu extrem hohen abgehängten Decken. Und Arno Schlüter kennt dieses Bild. Wenn man daran arbeitet und das verbessern kann, dann kann man in der gleichen Höhe fast ein Geschoss gewinnen. Wenn es gelingen würde, die Klimatechnik anders zu denken. Aber funktioniert es. Und die ganze Theorie, die ich gerade vorgestellt habe, und ich brauche jetzt leider noch drei Minuten, die ganze Theorie, die ich vorgestellt habe, die hat uns einfach niemand abgenommen. Dann kamen, wir haben uns überlegt, wie können wir jetzt den Kunden, wie können wir uns selbst, wie können wir uns die Sicherheit verschaffen, dass das funktioniert. Und das United World College hat gesagt, Leute, es interessiert uns, was ihr da macht. Ihr könnt unsere Schule haben und unser Facility Management hilft euch, die Bedingungen so umzustellen, dass ihr genau das einstellen könnt und vorhersagen könnt und vorher erlebbar machen könnt, was in Zukunft in dieser Schule gebaut wird. Wir haben eine komplette Woche einen Seitenflügel von der Schule umgestellt auf die Temperatur und die Feuchtigkeitsbedingungen, die wir uns vorstellen. Es hat eine Woche gedauert, weil das Ding so runtergekühlt war und so viel thermische Masse hatte, dass wir erst mal ein komplettes Wochenende gebraucht haben, um überhaupt an den Temperaturbereich zu kommen, in dem wir arbeiten wollten. Wir haben dann mit unseren Messinstrumenten nachgewiesen, wo wir etwa sind, auch den CO2-Gehalt gemessen. Ich komme gleich nochmal drauf, weil das wichtig war. Und haben dann die Professorin, ich habe sie extra ein bisschen unscharf gemacht hier, mitgebracht. Ich sage es aus dem Grund, weil ich mich selbst noch höre, wie ich sage, ich verteidige hier nicht meine Bachelorarbeit. Hört auf, so zu fragen. Ich stelle meine professionellen Fähigkeiten als Klimaingenieur hier zur Verfügung, um mit euch gemeinsam ein Haus zu planen. Aber bitte verwechselt mich nicht mit euren Studenten. Unter anderem aber Leute, die in den internationalen Komitees sitzen, Eschwein, Normungskomitees für den Komfort, die natürlich ihre eigene Meinung dazu hatten, ob das jetzt gut ist, was da drin steht, oder ob man jetzt tatsächlich was Neues machen sollte. Schlicht am Ende, nach einigen Stunden, einigen Stunden dort. Und die ganz klare Frage schon, ist das jetzt schlecht? Würdet ihr jetzt irgendwas ändern wollen? Also nicht die Frage, gefühlt ihr euch unkomfortabel, sondern was wollt ihr jetzt eigentlich ändern? Das drückt diesen Impuls aus, dass kein Impuls da ist. Es drückt genau aus, da ist kein Wunsch da, es geht weder in die eine noch in die andere Richtung. Das haben wir gemeinsam mit dem Bauherrn beschlossen, lass uns das konsequent zu Ende gehen, lass uns konsequent für den adaptiven Komfort planen und bauen mit der konsequent, dass wesentliche Teile des Gebäudes natürlich gelüftet, Hybrid-Temperate waren, das ist, was ich gerade beschrieben habe, und nur eigentlich die Energy-Labs und einige zentrale Computer-Labs voll Air-Conditioned sind, beziehungsweise auch die Bibliothek, die steht jetzt da nicht dabei. Es war also im Wesentlichen nicht eine technische Herausforderung, sondern es war eine Herausforderung, mit dem Team und mit den Leuten tatsächlich diesen Sprung zu machen, in ein anderes Thema über Komfort zu denken. Ich habe das Beispiel so stark und intensiv besprochen, weil wir uns selbst fragen müssen, was machen wir eigentlich hier, wo wir leben, wo wir planen. Ist wirklich der enge Komfortbereich, für den wir planen, ist das wirklich, was die Menschen brauchen, oder gibt es hier nicht Möglichkeiten, ganz anders über Komfort zu denken, diesen Bereich Lufttemperatur hinter uns zu lassen und ganzheitlich über Komfort nachzudenken. Von daher nicht lachen über die Doven dort, sondern schauen, was wir hier verbessern können. Und warum ist das relevant? Das ist relevant, wenn man sich anschaut, was weltweit passiert, wo gebaut wird, dann reden wir seit 2015 bis 2030 über 84 Billionen Quadratmeter. Das sagt Ihnen genauso wenig wie mir. Das bedeutet, dass in diesen 15 Jahren, von denen sind schon vier Jahre vergangen, dreieinhalb Mal die gebaute Infrastruktur Nordamerikas gebaut wird. Oder sieben Mal Hongkong im Jahr. Und das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, das hat McKinsey für uns herausgefunden. Da wird richtig viel gebaut. Und wo wird es gebaut? Wenn man sich diese Statistik anschaut, und Sie suchen jetzt mal ganz schnell die Schweiz, Sie werden sie nicht finden, Sie werden auch Deutschland, Sie werden Europa. Europa ist unterhalb der statistischen Signifikanz hier. Was wir hier machen, auch wenn es extrem wichtig ist für uns, ist unrelevant, wenn es um globalen Bauboom, wenn es um globalen Relevanz von dem, was wir machen in CO2, ist unrelevant. 60 Prozent von dem wird in Asien gebaut, und der größte Teil von dem, wir hatten das gerade vorher schon, wird in warm und feuchten Klimazonen gebaut. Von daher ist es extrem relevant, wie wir Gebäude designen, was wir von unserem Know-how aus kalten Klimazonen auf warme Klimazonen übertragen, weil es einfach kopiert wird. Diese Bilder stehen alle in Indien, die schauen aus wie Downtown Chicago. Die stehen in fünf verschiedenen Klimazonen von Indien, Sie sehen es den Bildern nicht an. Es ist extrem relevant, was wir darüber denken, wie Komfort eigentlich und was Komfort eigentlich ist. Wie definieren wir Komfort? Wir müssen hinter uns lassen, was wir aus Dänemark gelernt haben vor 30 Jahren. Wir müssen unser Wissen über Komfort erweitern. Es ist vorhanden. Es ist eher an uns, ob wir das akzeptieren und uns damit professionell auseinandersetzen. Denn dann gelingt es einfach, andere Gebäude zu bauen, die komfortabel sind und deutlich weniger Energie verbrauchen und damit deutlich weniger zur CO2-Emission global beitragen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für diese sehr eindrückliche Präsentation mit diesen eindrücklichen Zahlen. Ich glaube, es war auch wert, da drei Minuten länger zuzuhören als geplant. Ich möchte jetzt auch nicht allzu lange mit Fragen das Ganze zerstören, aber trotzdem bitte ich die Referenten vom zweiten Block kurz nach vorne, werde kurz mit je einer Frage die Eröffnung machen und dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen aus dem Publikum. Frage Narno Schlüter, du bist in Zürich und in Singapur in anderen Orten unterwegs, aber primär an diesen zwei Orten. Werden in Zürich und in Singapur die gleichen Fragen diskutiert? Sind da die gleichen Lösungsansätze vorhanden oder unterscheidet sich das signifikant? Die sind schon sehr unterschiedlich. Also jetzt natürlich das offensichtlichste Klima, aber natürlich auch die ganze Baukultur, wie wir bauen verstehen und ganz wesentlich, was die Treiber des Bauens sind. Man darf nicht vergessen, Gebäude werden nicht gebaut aus Nachhaltigkeitsgründen, sondern primär stehen ganz andere Interessen dahinter. Das ist in Singapur natürlich noch viel härter. Also Beispiel in der Schweiz ist es durchaus auch für einen institutionellen Investor akzeptabel, dass eine gewisse Technik sich nach 15, 20 Jahren rentiert oder plus minus null rauskommt. Und in Singapur müssen die Dinge innerhalb von zwei Jahren Rendite abwerfen, sonst werden sie nicht eingebaut. Also die Rahmen, die Treiber sind natürlich völlig andere. Auch darf man nicht vergessen, dass es auch Gründe gibt, warum die Gebäude dort so aussehen, weil man natürlich mit Gebäuden auch andere Funktionen erfüllt, wie zum Beispiel Repräsentation oder Darstellung von Wichtigkeit und Macht und all diese Dinge. Und solange die Energiekosten so gering sind, werden natürlich solche Entscheidungen immer noch weiter nach hinten gelegt. Was hingegen gleich ist, was man merkt, ist natürlich ein steigendes Bewusstsein gegenüber Klimawandel, urbane Hitzeinseln, aber auch CO2-Reduktion. Also Singapur hat sich relativ stark committed, die CO2-Emissionen zu senken. Und es gibt also schon so etwas wie ein globales, eine globale Erkenntnis, dass es in diese Richtung gehen muss. Aber die Rahmenbedingungen, die Treiber und auch die Mittel dahin sind völlig anders. Vielleicht als Übergangsfrage dann zu Herrn Kulli. Wird in Singapur Low-Tech auch diskutiert? Also man muss sich vor Augen halten, dass Singapur aus Low-Tech kommt. Also die 80 Prozent der Wohnbauten in Singapur werden von dem Housing & Development Board entwickelt, dem HDB, und die sind per se nicht klimatisiert. Das heißt, es ist die Regel, es ist das Gesetz in Singapur, dass alle Schulkinder bis zum Alter von ca. 14 Jahren in natürlich belüfteten Schulgebäuden unterrichtet werden. Also man kommt aus dieser Tradition. Und es gibt, das ist wunderschön, das ist das, was ich auf dieser einen Folie hatte, es gibt natürlich wunderschöne Methoden und Wolfgang Kessling hat es auch gezeigt, wie man mit natürlicher Luftbewegung, wie man mit einfach natürlichen Phänomenen und Methoden relativ weit kommen kann. Und dann hat sich aber irgendwie auch durch den Lee Kuan Yew festgesetzt, dass es eben die Produktivität erhöht, dass wir diese klimatisierten Räume haben wollen. Und das ist eben soziokulturell, es ist gar nicht Komfort, es ist soziokulturell. Es bedeutet Fortschritt, es bedeutet Weiterentwicklung, es bedeutet, dass ich in der ersten Welt bin, wenn ich einen klimatisierten Raum habe. Da geht es nicht primär um Komfort, sondern es geht eigentlich, was das bedeutet, einen klimatisierten Raum zu haben. Und diese Dinge muss man mit einbeziehen. Also das sind, wir kamen sehr stolz in unser Gebäude und haben gesagt, es ist jetzt wärmer, es ist besser, es passt besser auf euren Komfort nach allen Kriterien. Und die Leute haben uns relativ entgeistert angeschaut und haben gesagt, aber wo kann ich denn meinen Dreiteiler, wo kann ich mein Jackett anziehen, wenn ich in meinem Bürogebäude? Also es gab diesen Wunsch, in diesem Raum sozusagen zu repräsentieren, an der Arbeit zu sein. Deswegen ist dieses Thema recht anspruchsvoll. Und wenn man nicht vor Ort ist, dann fällt es einem schwer, diese ganzen Hintergründe dann mit zu bedenken. Das wäre meine Anschlussfrage. Low-Tech, High-Tech in Architekturkreisen ist ja diese Diskussion sehr präsent. Inwiefern kann Low-Tech eine Lösung sein zum klimagerechten Bauen oder ist es eben nicht eine Lösung? Was ist da Ihre Einschätzung? Also ich würde mich jetzt versuchen, darauf zu beschränken, dass ich jetzt für unsere Klimazone spreche, weil ich für die anderen einfach auch nicht genug Erfahrung habe, um mir da eine Meinung zu bilden, zumindest fundierte. Ich glaube, bei uns, was immer jetzt auch Low-Tech bedeutet, oder bei uns geht es eigentlich grundsätzlich darum, es gibt immer so dieses Synonym von dem Segelboot und dem Motorboot. Und einfach unsere Häuser sind alle Motorboote, die würden gar nicht mehr funktionieren ohne den Außenborder. Und ich glaube, wir müssen einfach zu den Segelbooten zurückkommen, zu sagen, das Gebäude selber kann schon sehr viel leisten. Und was wir dann darüber hinaus erwarten und in extremer Klimasituationen in den drei, vier Wochen im Sommer oder im Winter oder so, dann kommt die Haustechnik auch zum Tragen. Das brauche ich auch. Und natürlich auch intelligente Systeme, die dann adaptiv sind, die sich auf gewisse Sachen einstellen können und reagieren können. Aber ich glaube, dieses Zitat mit dem Cabrio finde ich eigentlich eine sehr schöne Analogie eigentlich, dass wir sagen, wir erwarten zu viel von den Gebäuden und zu wenig von uns. Und in der Diskussion, die auch Herr Settemry das am Anfang gezeigt hat, die beiden Magazintitel, zeigt sich das gut, ich kann es wie in dem Zitat an den Ingenieurdelegieren und sagen, löse mir das Problem. Oder ich kann überlegen, was kann ich selber lösen. Und wir lösen viel zu wenig Probleme, wir als Architekten, als Bauende lösen viel zu wenig Probleme am Gebäude. Aber auch der Nutzer wird zu wenig sozusagen dabei in die Verantwortung gezogen, sich auf andere Bedingungen einzustellen oder damit einbezogen zu werden. Aber das ist nicht unbedingt seine Schuld, sondern wir fordern es nicht von ihm. Das ist auch der Grund, warum vielleicht so Veranstaltungen tendenziell in Ingenieurkreisen stattfinden, aber es keine Soziologen und Psychologen und Pädagogen hier hat, die vielleicht jetzt dafür helfen könnten, diesen enormen Gap zwischen dem energieeffizienten Nutzer und dem ignoranten Nutzer, das ist der grösste Einsparpotenzial, was ich heute gehört habe, ist das, oder? Alles andere ist Peanuts. Fensterflächenanteil, Orientierung, können wir uns alles sparen. Wenn wir die beiden zusammenbringen, dann haben wir es. Okay, nächste Veranstaltung laden wir Soziologen und Pädagogen und Psychologen, was auch immer, aber ich denke, es ist sicher ein großes Potenzial vorhanden. Ich schaue auf die Uhr für Sie auch noch gerne. Eine vielleicht kleine Frage. Sie haben von Klimaingenieuren gesprochen. Ich höre immer wieder, es gibt viel zu wenige davon. Warum eigentlich? Das ist eigentlich der spannendste Job, den es gibt, aber warum kümmert sich niemand oder fast niemand darum? Haben Sie da eine gute Antwort? Oder einen Werbespruch für Klimaingenieuren? Offensichtlich macht mir es Spass, meinen Mitarbeitern auch. Sie fragen nach Nachwuchs, warum Nachwuchs nicht so in die Breite geht. Es gibt anscheinend immer noch attraktivere Dinge. Das kann ich ganz schlecht beantworten. Aber wenigstens die 150 Leute, die da drin sind, die sollten alle ab Montag nur noch Klimaingenieure sein und dann sind wir schon einen großen Schritt weiter, denke ich. Ich hätte einen Vorschlag. Im Englischen sagt man das Narrative. Wir haben heute immer wieder gemerkt, wir fangen immer mit den Gebäuden an. Wir reden immer von den Gebäuden und von der Technik. Ich fordere viele Planer auf, in den Projekten, wo wir gemeinsam arbeiten, erzähl erst mal die Geschichte aus der persönlichen Situation. Wie wird der Mensch, der dein Gebäude betritt, das eigentlich erleben? Was willst du eigentlich? Wie soll der das wahrnehmen? Was soll der Mensch? Jetzt fangen wir die Geschichte vom Menschen an zu erzählen. Das macht es aus meiner Sicht viel attraktiver. Da gehen einem die Augen auf, was muss eigentlich erklärt werden? Wie muss eigentlich so ein Haus funktionieren? Weil ich baue es ja für den. Ich baue es ja nicht für meine Technik. Ich baue es ja nicht für meine Sonnenschutzsteuerung. Ich baue es ja für den Menschen. Und dieser ganz schlichte Wandel der Perspektive ist, glaube ich, was eigentlich einen ziemlich positiven Einfluss auf die Planung hat. Ob das jetzt schon ein Hinweis ist, auf was wir alle tun sollen oder wer das in Zukunft macht. Vielleicht passt das so ein bisschen das Gesamtbild nach, nach wem wir suchen in Zukunft, den soziologischen Schulden, Klima-Ingenieur, der auch von Haustechnik was versteht und von der Bauphysik. Ist gar nicht so ohne. Das sind dann irgendwie 19 Dimensionen, die man unter einen Hut bringen muss. Ich möchte kurz noch die Möglichkeit geben für Fragen aus dem Publikum. Wie lassen sich diese passiven Systeme übersetzen auf urbane Standorte? Das Beispiel aus Österreich, das war auf dem Land, sage ich jetzt mal. Zumindest habe ich das so aus den Bildern heraus geschätzt. In Singapur, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ist ja wohl eine Stadt. Aber wenn wir uns jetzt schweizerische Städte vorstellen, dicht, Eisenbahnlinie, Verkehr, Lärm, Staub. Wie lassen sich solche Konzepte übersetzen auf diese Rahmenbedingungen? Also ich denke, wenn ich jetzt einfach nur mein Haus denke, ich wohne in der Innenstadt von München. Das ist jetzt nicht so ein absurd anderes Klima, als die Schweiz hat. Das lässt sich passiv sehr gut betreiben. Es ist jetzt kein Passivhaus, weil für eine innenstädtische Lage es viel wichtiger war, sich an die Fernwärme anschließen zu lassen, aber dafür kein Auto mehr zu haben. Aber das hat immer noch das Potenzial mit thermischer Masse, was Sie vorgestellt haben. Das hat immer noch das Potenzial, dass ich sicher lüften kann und Fenster auf und zu machen kann. Ich denke, allein schon dieser kleine Aspekt, neben der Autonomie für, was jetzt Autonomie für Lüftung darstellt und in der Kombination mit Nachlüftung von Komfort, in der Kombination mit Tageslicht, das lässt sich auf Innenstädte übersetzen. Ich glaube, das ist nicht so sehr die Frage, die mich umtreiben würde. Was mich eher beschäftigt ist, muss ich es immer für diesen engen Komfortbereich, der hier immer genannt wird, 22 Grad planen, da würde ich sagen, nein. Bei uns im Büro hat es 29 Grad und alle die Kollegen, die einen haben wollten, haben einen Dyson-Fan und können damit rum experimentieren, damit sie uns sagen können, wie sie das nächste Haus besser machen möchten. Und da ist kein Wort von Klimaanlage und da fordert auch keiner das. Die fühlen sich dennoch wohl. Also ich würde eher an so Fragen stellen, ist es, es gibt Normen ohne Ende für Physik, für Material, für alles Mögliche. Aber es gibt ganz wenige Normen, die tatsächlich auf den Kern dessen zielen, für was wir eigentlich planen, auf den Menschen. Ich glaube, an der Stelle ist das zumindest, was die Erkenntnis, die ich von dieser Konferenz in Dubai mitgebracht habe, an der Stelle wird sich in den nächsten Jahren sehr viel ändern müssen, damit wir radikal werden. Weil die anderen Dinge, die wir gesehen haben, die machen 3% hier, 5% da. Aber wenn wir wirklich weniger Technik einbauen wollen, wenn wir wirklich andere Dinge machen wollen, ohne aufzugeben, was Komfort angeht, dann müssen wir das besser verstehen und das besser adressieren. Fast schon ein Schlusswort. Trotzdem noch die Möglichkeit für eine kurze Frage. Ja, da war etwas. Ich denke, was ein Komfort auch aus einem sehr richtigen Thema ist, die offene Temperaturen zu tun. Ich glaube, wir leben jetzt in einem modernen Holzhaus, in dem wir ja auch zusammenfangen. Sehr viele Holzhochflächen, zwar modern ausgearbeitet, aber im Winter ist es mir wohl bei 16 Grad in der Temperatur. Und im Sommer ist es, das Holz wirkt eigentlich nicht extrem warm. Ich habe auch sehr viel Glas am Haus mit Sonnenschutz etc. Und im Sommer ist es mir mit 30 Grad auch noch extrem wohl. Und ich denke, da kann man auch noch extrem viel rausholen. Haben Sie da auch Erfahrungen? Kommentieren oder so stehen lassen oder ein Statement? Also ich denke, das ist genau das. Es gibt sehr individuelle Wahrnehmung von Komfort und wir müssen so bauen, dass unsere Gebäude in der Lage sind, sich dementsprechend anzupassen. Ich kann es gut nachvollziehen und letztendlich müssen wir Systeme haben, die in der Lage sind, das mit einzubeziehen und darauf zu reagieren in einer guten Art. Ich denke, extrem viel kann man durch die Oberflächen, Oberflächenbeschaffenheit machen, Oberflächentemperaturen, was ja auch ein Teil dieser operativen Temperatur ist. Ich denke, dass es eine Bereicherung darstellt, wenn Leute in der Lage sind, mit verschiedenen Temperaturniveaus in einem Gebäude zu leben. Also so haben wir, wenn man sich historische Gebäude anschaut, ist es ja durchaus üblich, dass ich Räume habe, die nie diese Temperatur erreichen. Also dieser Zwang, dass das gesamte Gebäude genau diese eine Standardtemperatur haben muss, ist auch schwer haltbar. Die ganzen Messungen, die wir machen in den Einfamilienhäusern, zeigen, dass niemand eigentlich diese Standardtemperatur hat. Okay, ich möchte da soweit schliessen mit einer Abschlussfrage an die drei Referierenden. Ich weiss, Sie sind alles Fachleute in Ihrem Gebiet. Es hat auch geheissen, Professoren wissen sowieso alles besser. Trotzdem, was haben Sie gelernt aus dieser heutigen Veranstaltung? Jeder einen kurzen Satz, was ist das Take-away? Arno? Ich weiss ja alles besser. Ich denke, was hochinteressant ist und es freut mich extrem, ist, dass wir diese Diskussion beginnen. Also das einfach, es ist für mich absolut erstaunlich, wie das Thema Klimawandel jetzt in den letzten zwölf Monaten in das Bewusstsein gerückt ist. Das sehen wir an der ETH sogar. Die Entwurfsarchitekten beschäftigen sich mit Fragen von Energie und Klimawandel. Und das will was heißen. Also das ist schon interessant. Und auch so, also dass wir in der Lage sind, über solche Themen in so einem Rahmen zu diskutieren, finde ich außerordentlich. Ich finde es extrem spannend, dass es jetzt diese Studien gibt, was es für die Schweiz bedeutet. Oft hat man gedacht, das ist ein Problem, was irgendjemand da in den Tropen haben wird. Aber wir wissen, es wird auch tatsächlich unser Leben beeinflussen. Und wir müssen überdenken, wie Planungsgrundlagen aussehen für die Zukunft. Also das Thema Klimamodelle ist schon angesprochen worden. Klimadaten, die man für Simulationen verwendet. Und es muss sich so langsam ein Bewusstseinwandel einstellen. Und ich denke, ich habe das als sehr, sehr reichhaltig erlebt heute. Okay. Ihr Take-away? Ich habe vor allen Dingen sehr viele Grundlagen heute gelernt, die ich so nicht wusste über die klimatischen Bedingungen, über die entsprechenden Kälte, also in dieser Detaillierungsrat nicht kannte. Und ich glaube, was es eben auch gezeigt hat und was ich sehr positiv finde, ist, es zeigt die Komplexität von der Thematik auf und wie die Sachen ineinandergreifen müssen. Und das, glaube ich, ist immer gut, weil immer wenn wir versuchen oder glauben, wir könnten einfache Lösungen für die Probleme, die wir heute haben, finden, dann ist eigentlich das Kind schon im Grunde gefallen. Also erst wenn wir akzeptieren, dass das auch ein Prozess ist, der andauernd ist, der nicht einfach, den wir abschließen in drei Jahren, weil wir es dann gefunden haben, erst dann, wenn wir es wirklich einbeziehen und damit arbeiten, ich glaube, dann wird es wirklich irgendwas, was auch Teil von uns wird und wir auch dann wirklich etwas erreichen können. Und das hat es für mich gut gezeigt in der Landbreite dessen, was heute gezeigt wird. Für Sie das Schlusswort? Das ultimative Schlusswort? Nein, nicht ganz, aber fast. Es ist nicht die Technik, die uns retten wird, es ist im Wesentlichen, dass wir vernünftig mit der Natur wieder umgehen. Wir haben genug Städte gebaut und genug Bäume umgelegt und ich meine, die ganzen Diskussionen zeigen ja, wie wichtig eigentlich die Natur ist, um Kälteinseln zu schaffen. Ich muss zum Zug, ich muss zum Zug, Entschuldigung. Wir müssen in einem anderen Respekt wieder Natur in die Stadt zurückbringen, damit das, was wir passiv machen wollen, wieder irgendwas hat, was auch unterstützt und das ist, was Sie genannt haben, das ist Sonnenschutz, das ist mehr Natur, das ist mehr Evapotranspiration, mehr Bäume, mehr Sauerstoff und mehr Nutzung von Wasser und dass wir die Gebäude nicht mehr so als einzelne Inseln denken, die irgendwo in einer unbeschadeten Welt, das ist nicht der Fall. Wir müssen uns als einen Teil eines Systems verstehen und irgendein Teil des Systems was, was zurückgibt. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Kenntnis, wie wir eingebettet sind in ein Umfeld. Gut, besten Dank. Wir sind am Schluss, möchte nur noch zur Danksagung übergehen, damit Sie auch den Zug noch erreichen, das wird sicher klappen. Besten Dank allen Referierenden für Ihre Referate, auch für die Teilnahme an der Podiumsdiskussion. Herzlichen Dank nochmals den Sponsoren, Partner dieser Veranstaltung, die Sie da alle aufgeführt sehen. Auch allen Mitarbeitern, Fabian Cortesi, Judith Scherrer, die da im Hintergrund gewirkt haben und das alles organisiert haben. Und natürlich herzlichen Dank auch Ihnen allen, die jetzt da doch bis 10 vor 5 ausgeharrt haben. Alle sind herzlich eingeladen zum Apro da draussen im Feier. Ich hoffe, es müssen nicht alle gleich auf den Zug rennen, aber es hat sich zu essen und zu trinken. Und ich wünsche ein schönes Wochenende und sage auf Wiedersehen. Besten Dank. Applaus 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 Vielen Dank.